Hallo, ich bin der Tobias Bauer und bin Musiklehrer an der Musikschule Bad Birnbach. Dort unterrichte ich Akkordeon und steirische Harmonika. Beide Instrumente gehören zur Gruppe der Aerofone, den sogenannten Luftklingern. Das Akkordeon ist ein gleichtöniges Instrument, die steirische Harmonika ein wechseltöniges Instrument. Was das ist, zeige ich euch jetzt. Kommen wir zum Akkordeon. Gleichtönig bedeutet, wenn ich eine Taste drücke, erklingt beim Auf- und Zuziehen des Balges der gleiche Ton. Kommen wir nun zur steirischen Harmonika. Wechseltönig bedeutet, wenn ich einen Knopf drücke, erklingt beim Auf- und Zuziehen des Balges jeweils ein anderer Ton. Wenn ihr eines der beiden Instrumente selber findet, ausprobieren wollt, meldet euch in der Musikschule Bad Birnbach. Auf euer Kommen würde ich mich sehr freuen.